40 Tage und 40 Nächte fahren wir auf diesem Schiff über ein unbekanntes Meer Die Mannschaft ist voller Mutlosigkeit und die Steuerleute entsetzen sich über die Fürscht der Lichte ab hier rum der Magnet Madel Aber jetzt haben wir Sturmvögel gesehen in der Luft und viel Gras auf dem Wasser und ein grünes Rohr und ein fremdes Licht Also werde ich bald das Paradies auffinden an einem Ort wohin niemand wohin niemand gelangen kann als durch den göttlichen Willen und ein fröhnen und ein fröhnen Amen. 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 Amen.